Die große Frage ist doch, wie schafft man es wirklich verlässlich, Inbound-Anfragen für sein Unternehmen zu erhalten? Und nicht nur ein paar pro Monat, sondern so viele, dass man darüber nicht nur wachsen kann, sondern mit seinem Unternehmen sogar skalieren kann. Und dafür habe ich den perfekten Interviewgast eingeladen, und zwar Finn Korte von AFM Media, die es in den letzten Jahren geschafft haben, ihre Agentur auf über 40 Mitarbeiter zu skalieren und das alleine über Inbound-Anfragen für ihre Agenturen. Mittlerweile geben sie über 65.000 Euro pro Monat in Werbeanzeigen aus und das führt zu über 200 qualifizierten Anfragen pro Monat. Und in diesem Interview löchere ich ihnen und versuche, die Geheimnisse rauszufinden, was die perfekte Werbeanzeige ausmacht, wie er an Kampagnen rangeht und vor allem, wie andere Agenturen von seinem Wissen profitieren können, um mehr Inbound-Anfragen zu erhalten und schneller zu skalieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich freue mich heute einen wirklich langjährigen Begleiter und Freund, würde ich ihn nennen, Finn hier einladen zu dürfen, der, glaube ich, hinter den größten Werbekampagnen auf Meta steckt und kaum jemand kennt, eine Anordnung von oben bekommen hat, dass der Hintergrund heute gut aussieht. Finn, ich freue mich auf ein richtig geiles Interview heute. Cool, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke dir für das Intro. Die größten Werbekampagnen auf Meta ist vielleicht ein bisschen da hoch. Aber wir müssen die Messlatte hochlegen, sonst hören die Leute nicht zu. Wir geben unser Bestes. Willst du ein kurzes Intro sozusagen machen, wo du arbeitest, was ihr genau tut und was mich natürlich als erstes interessiert, Finn, du bist nicht häufig in Interviews, ne? Ich habe dich wirklich aus deiner Höhle rausgelockt bekommen, oder? Richtig, richtig. Ja, wir sind AFM, AFM Media. Ursprünglich gestartet mit der AFM Media GmbH, wo wir wie so eine klassische Done-for-You-Agentur Coaches, Therapeuten und Experten digitalisieren. Also wir bauen für sie Conversion-optimierte Webseiten. Wir schalten Werbekampagnen für sie und entwickeln mit ihnen digitale Produkte. Das ist im Endeffekt so das Hauptstandbein. Und Marco würde jetzt sagen, dass es mittlerweile die AFM-Gruppe ist. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber mittlerweile gehören da ein, zwei mehr Firmen dazu, wo wir uns zielgerichtet beteiligen an Expertenunternehmen, die online stattfinden. Und das ist auch der Hauptbereich, in dem ich mittlerweile tätig bin. Also ich bin derjenige, der das Team führt, das sich um unsere Beteiligung kümmert. Also Department Weltherrschaft bist du sozusagen. Richtig, Department Weltherrschaft. Und dort eben die Kampagne mitentwickelt. Ja, da müssen wir einsteigen finden. Ich habe das Gefühl, das ist ja wirklich so das Thema, wo sich die Spreu vom Weizen irgendwie trennt. Ich habe das Gefühl, entweder man kriegt die Kiste zum Fliegen oder man kriegt sie nicht zum Fliegen. Und ich habe das Gefühl, über die Jahre hast du ja sehr viele Leute irgendwie begleitet. Kannst du einmal so durchführen, vielleicht auch hast du irgendwie jemanden im Kopf von euren Beteiligungen, auch völlig unabhängig vom Namen oder so, wie du rangehst an so eine erste Kampagne und vor allem auch, wann du weißt, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt, richtig Geld reinzuschmeißen. Weil da ist ja in deiner Situation, da sind ja auch ein bisschen Cojones immer erforderlich, weil du ja sagen musst, irgendwie die Zahlen sagen, wir müssen da jetzt Geld reinschmeißen. Und dann nehmt der ja wahrscheinlich jetzt nicht auch 1.000 Euro im Monat in die Hand, sondern deutlich mehr. Definitiv nicht. Erzähl mal ein bisschen was, ey, ich bin heiß. Das Wichtigste ist immer, und wir sagen immer, das Geld verdient wird, bevor der Werbeanzeigenmanager angeschaltet wird. Das Wichtigste ist es, dass du ein gutes Angebot hast. Also das ist auch die Nummer 1 Sache, auf die wir achten, wenn wir zum Beispiel Beteiligungen eingehen. Dass es ein Angebot ist, was am Markt nicht nur gebraucht wird, sondern gewollt wird. Das ist eine Sache, die ganz, ganz viele Leute aus unserer Zielgruppe zu Beginn komplett falsch machen. Sie bauen sich ein Riesenpaket zusammen, die ganz, ganz viele Komponenten, was die Leute brauchen, aus ihrer Sicht, ihrer Meinung nach brauchen, aber ignorieren dabei komplett, was die Leute möglicherweise wollen. Also was am Markt wirklich nachgefragt wird, verlieren dann gegen Leute, die vielleicht sogar schlechter sind als sie. Und dann beginnt dieser typische Online-Teufelskreis. Das ist wirklich das Wichtigste bei jeder Kampagne. Also ich würde niemals ein Cent Werbebudget ausgeben, wenn wir nicht ein Angebot gestrickt haben, wo ich hinterstehen würde, was ich auch selber anbieten würde, wo ich selber Budget drauf packen würde. Und dann geht es im Endeffekt nur darum zu schauen, okay, wie kann ich dieses Angebot aus unterschiedlichen Perspektiven den Leuten erklären an Leute, die halt an unterschiedlichen Punkten stehen und dann möglichst viele profitable Perspektiven identifizieren. Also möglichst viele Wege finden in der Kommunikation, wie du es unterschiedlichen Zielgruppen schmackhaft machen kannst. Das ist alles, was wir tun. Ihr seid ja auch relativ weit gekommen, dass ihr wirklich kalt die Angebote testet. Also ihr testet ja keinerlei organisch oder so. Wie gibt es denn, da muss es ja irgendwie wie so eine Sicherheitsschleuse geben, dass jemand auf die Angebote drüber guckt und sagt, hey, das ist jetzt good to go. Oh, da können wir jetzt Werbeanzeigen schalten. Kannst du da irgendwie ein bisschen Rahmenparameter geben? Weil ich habe das Gefühl, das ist auch unglaublich schwierig, Menschen beizubringen, dieses, was sie denken, die Leute brauchen und was aber der Markt wirklich will. Also du hast perfekt geschrieben, habe ich das Gefühl, Leuten das zu erklären, ist unglaublich schwierig. Ja, das ist einer der härtesten Skills, den wir hier in der Firma zu vermitteln haben. Wir haben die angenehme Situation, ich muss es nicht 200 Kunden beibringen, weil wir haben ja kein Coaching oder so, sondern ich muss es ein paar meiner Mitarbeiter beibringen. Mittlerweile sind wir 40 Leute, also ein bisschen was an Strukturen müssen wir aufgebaut haben, um den Leuten das zu zeigen. Aber letztendlich gibt es da schon so gewisse Frameworks. Punkt 1 ist, dein Angebot muss sich immer an einer Transformation orientieren, garantiert. Es muss, also dein Angebot muss immer basieren auf einer Transformation von Punkt A zu Punkt B, die bei deiner Zielgruppe in irgendeiner Weise emotional verankert ist. Wenn es das nicht erfüllt, dann ist es einfach nur für die Katz. Kurzes Beispiel, wenn du, das ist so das klassische Beispiel, was wir immer wieder geben, wenn du zum Beispiel Rhetorik-Trainer bist und sagst, 31 Tipps hatten wir wirklich mal als Produkt, mit dem jemand auf uns zugekommen ist. Hey, ich habe einen coolen Online-Kurs, 31 Tipps für bessere Vorträge. Das ist halt in keinster Weise irgendwie emotional transformativ, sondern das ist rein informativ. Und das ist der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn du informativ kommunizierst, bist du halt sofort vergleichbar mit jeder Online-Kurs-Plattform, die den gleichen Online-Kurs mit der gleichen informativen Botschaft für 9,99 Euro in einem angeblichen 50%-Sale verscherbelt. Wenn du aber transformativ arbeitest und dir überlegst, okay, für welche Zielgruppe sind denn Vorträge wichtig? Okay, sagen wir zum Beispiel mal Startup-Gründer. Was hängt da dran an so einem Vortrag? Naja, am meisten hängt am Pitch vor Investoren. Was ist da notwendig? Naja, was ist, wenn ich dir die Strategien zeige, mit denen du einen Pitch vorbereitest, um als Startup garantiert dein Series-A-Funding durchzubekommen und dabei auch noch die doppelte Investitionsmenge bekommst? Das ist auf einmal dann eine Botschaft, die zwar nur für eine ganz, ganz kleine Gruppe an Menschen sexy ist, aber halt super sexy und super spezifisch ist und mit einer krassen Emotion verbunden ist. Ah, also der Fehler ist, die Leute verkaufen so ein Stück weit auch die Bohrmaschine, ne? So, hier sind die Tipps und nicht das Ergebnis, keine Ahnung, verliere nie wieder einen Startup-Pitch gegen die Konkurrenz oder gewinne jeder. Oh, Finn Lovett, ey, noch nie aus der Brille gesehen. Ja, gefällt mir. Das ist so ein Riesenfaktor und wenn du dir anguckst, ich meine, wir arbeiten ja ausschließlich mit Therapeuten, Experten, Coaches, Akademien und so weiter zusammen und das ist der Nummer eins Fehler, den die machen. Die fokussieren sich im Marketing voll auf Informationen, fragen sich, warum dann am Ende alle sagen, ah, das war ja interessant, vielen Dank, aber niemand kauft, weil es ja nicht mit Emotionen verbunden ist. Mhm. Okay, das checkt ihr sozusagen und das entwickelt ihr wahrscheinlich dann auch mit euren Kunden zusammen gemeinsam, ne? Riesig. Und das stimmt. Da denken die Leute immer so, ja, jetzt hier mit meinen 31 Tipps gehe ich mal raus, mache ich mal eine Kampagne und wundern sich dann, warum das nicht funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, wie siehst du das denn in der Vermarktung eigentlich für AFM, dass das schwer ist, Leuten zu erklären, ne? Ja, ein Stück weit, also ich glaube, du und ich, wir verstehen das, aber ich glaube so, das ist nicht eine Botschaft, die funktioniert am Ende, ne? Nein, 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 no chance. Was wir gemerkt haben bei AFM, Nummer eins Faktor, wir sind ja in einer Zielgruppe, die relativ viel bespielt wird, also es gibt ja unfassbar viele Coaches für Coaches, die irgendwie zeigen, wie man online erfolgreich ist und da müssen wir halt durchdringen und versuchen irgendwie uns trotzdem Gehör zu verschaffen. Wir haben den guten Faktor, dass wir einzigartig sind, dadurch, dass wir halt Dienstleister sind, aber das reicht nicht an sich. Und was wir dann gemerkt haben, und das kann ich wirklich nur jedem erzählen oder empfehlen, ans Herz legen, Aha-Momente. Aha-Momente sind wirklich für dein Marketing der Nummer eins Umsatztreiber. I'm sold. Tell me more. Weil, wenn du, wenn du einen Aha-Moment lieferst, zum Beispiel in einem Webinar oder in einer Werbeanzeige, und das muss gar nichts riesengroßes sein, aber wenn du einen Aha-Moment lieferst, dann steigt auf einmal sofort dein Expertenstatus. Was meine ich mit Aha-Moment? Naja, wir laufen alle durchs Leben mit bestimmten Glaubenssätzen, wenn es so ist, ist es so, oder wenn man das erreichen will, muss man das machen. Und wenn du dir ein paar dieser Glaubenssätze, die deine Zielgruppe sowieso hat, rauspickst und sie unmissverständlich IQ30 logisch zerstörst, dann werden die Leute dir zuhören. Gib mal ein Beispiel. Beispiel, kann ich einfach das nehmen, was wir gerade gemacht haben. Ich habe den Glaubenssatz von Experten, hey, ich muss mein Wissen, was ich offline schon erfolgreich anbiete, in einen Online-Kurs verpacken, um so digital Online-Geld zu verdienen. Das ist ein Glaubenssatz, den die meisten unserer Kunden haben. Würde ich unterschreiben, ja. Und dann erkläre ich denen, hey, wenn du das machst, dann basiert dein Produkt nur auf Informationen. Informationen, und das kann jetzt keiner von der Hand weisen, gibt es online an jeder Ecke. Wir leben in einem Informationszeitalter. Informationen sind in der Überflut da, aber würden Informationen ausreichen, um Transformationen beim Kunden zu erzielen, hätten wir alle ein Sixpack. Ja. Wären wir alle perfekt fit. Informationen sind es nicht. Und wenn du Informationen anbietest, bist du auf einen Klick vergleichbar. Und deswegen brauchst du was anderes. Und deswegen brauchst du transformative Angebote. Angebote, die sich an einer Emotion bei deinen Kunden orientieren. Und das ist bei jedem so, ah, stimmt, ja, hast recht. So, und das ist dann ein Glaubenssatz, den du gebrochen hast. Und da gehst du wirklich so systematisch dann ran, sozusagen, dass du eine Excel aufmachst. Was gibt es so für Glaubenssätze in der Zielgruppe? Und dann, wie können wir den brechen? Und ein Aha-Moment. Ist ja wie so ein Mindset-Shift eigentlich, ne? Ja. Die Leute haben geglaubt, das, und du sagst, nee, das ist die neue Realität. Und dadurch sozusagen kriegst du zumindest die Aufmerksamkeit und wahrscheinlich Vertrauen, weil die Leute sagen, ey, von diesen Fin-Typen habe ich voll was gelernt. Genau, und das ist, du bringst es perfekt auf den Punkt. Das ist ja eigentlich kein Content. Ich habe ja nicht erzählt, wie man einen Transformer hat. Nee, man hat es eigentlich nur einen Einwand behandelt, ja. Genau. Ich sitze zum Beispiel in einem Webinar, Alex sitzt in einem Webinar, behandelt keinen, also behandelt nur Einwände, aber alle gehen aus dem Webinar. Boah, ich habe so viel mitgenommen und das ist ja genau, wenn wir es mal runterbrechen, so Dotcom Secrets, die Schule von ihm, von ihm damals mit Clickfunnels und so weiter. Das ist ja genau diese Schule, wo er gesagt hat, Dominosteine, Schritt für Schritt zerbrechen, drei Stück im Webinar, Glaubenssätze brechen, umkehren, Aha-Moment schaffen, bam. Und genau das machen wir im Marketing. Hä, crazy. Ich glaube einfach, niemand hat das verstanden, was Russell da geschrieben hat und ich glaube, es ist cool, dass ihr das so systematisch umsetzt, da muss ich auch wieder ran, ey, das gefällt mir. Es ist eigentlich, also, wenn man es wirklich studiert, Expert Secrets, ist es eigentlich das perfekte Buch dafür. Weil da steht alles drin, heißt jetzt nicht, dass alle Dinge, die wir machen, nur aus Expert Secrets kommen, aber dieser Kern mit dem Glaubenssatz, den zu brechen und aufzulösen, durch was Neues zu ersetzen, das sorgt auch dafür. Dass, wenn du dann wieder gesehen wirst, weil wir wissen ja alle, nur durch eine Interaktion wird das Marketing nicht profitabel. Wir brauchen halt ein paar mehr Interaktionen, ein paar mehr Touchpoints. Aber jedes Mal, wenn sie dich dann wieder sehen, denken sie, ah, das sind ja diejenigen mit dem transformativen Angebot. Oder wenigstens, ah, das sind ja die, die haben irgendwas gesagt in Bezug auf Angebot, irgendwas mit Informationen, stimmt, ich erinnere mich wieder. So, und so bist du nicht derjenige, der gesagt hat, 31 Tipps und dann darüber gesprochen hat, wie viele Zertifikate er hat. Deswegen, das ist ein riesen Hack. Hey, das ist crazy, ey. Ja, okay, da kommt sozusagen der Quality Check. Was mich interessieren würde, so Winkel für Ads, ne? Es gibt ja so Modelle, wie das so Paying, Gain und Opportunity oder so machst, ne? Als einfache Einteilung, um zu gucken, wo auch irgendwie deine Zielgruppe steht und wo sie drauf reagiert. Was hast du da für Modelle, Finn? Ne? Wo kriege ich die Leute? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir ja Produkte verkaufen, das ist ja nicht, man geht in einen Online-Shop und sucht sich irgendwie die Größe der Matratze aus und guckt sich dann ein Produktbild an und denkt, okay, ja, das ist die Matratze, die ich brauche in der richtigen Größe, sieht ganz hübsch aus, ist pink. Die kaufe ich mir, sondern wir verkaufen ja im Endeffekt Luft. So, also ein Online-Kurs. Das ist eine ehrliche Zusammenfassung, ja. Genau, also, aber auch lieb gemeint, nett gemeint, weil wir haben ja viel, viel Arbeit und Zeit da rein investiert, das Wissen anzueignen, aber im Endeffekt verkaufen wir Wissen. Ja. Und, ähm, die Erfahrung zeigt, dass es so ein paar ganz bestimmte Angles, du hast jetzt Winkel gesagt, wir sagen bei uns Angles, ist ja im Endeffekt nur das Englische, so ein paar Richtungen gibt, die sehr, sehr gut funktionieren, wenn man halt Wissen vermarktet. Herr damit. Das ist einmal, das ist einmal der Direct Angle, der funktioniert auf dem kleinsten Scale, weil die Zielgruppe, die direkt in Bezug auf die Transformation gerade sensibel ist, ist natürlich am geringsten. So, du hast nächste Woche einen Pitch und ... Genau. Perfekt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Okay. So, das ist der Direct Angle, wo wir halt direkt ins Leistungsversprechen reingehen. Anderes Beispiel, wir betreuen eine recht große Ausbildung zum Lernen und Gedächtniscoach und da sagen wir halt, hey, du bist Pädagoge und möchtest in deinem Unterricht die Kinder noch besser betreuen. Das ist Direct. So einfach. Ja, ja. Und du schöpfst sozusagen die 5% im Markt ab, die ... Richtig. Mh, das war wirklich was, was da Alex damals auch verraten hat, wo ich dachte, das ist mega smart, weil die Leute in den Awareness-Phasen immer ganz vorne anfangen. Stimmt, der hat sie umgedreht, wahrscheinlich die andere. Ja, ja, er hat sie umgedreht und ich dachte mir so, smarter Typ, ey. Ja. So, dann ein Angle, der auch immer gut funktionieren kann, ist der Revolutionsangle. Möchtest du mit uns das Bildungssystem verändern? Oh. So. Echt? Darauf reagieren Leute, oder was? Ja, ja, ja. Brutal. Brutal. Echt? Das ist nicht mit den meisten Interaktionen. Echt? So was so altruistisches, wir machen irgendwie die Welt besser. Echt? Robert, du willst ja nur, dass die Leute anfangen, deine Anzeige zu lesen und dann hast du sie ja am Haken. Ja, aber trotzdem. Also das wäre ja nie ein Hook, worauf ich reagieren würde. Möchtest du nicht das Bildungssystem verändern, Robert? Was ist das? Hättest du mich darauf wetten lassen, hätte ich niemals gedacht, dass das irgendwo in den Top 5 ist oder so. Krass. Doch, doch, doch. So was funktioniert krass, weil dann kommen die ganzen Leute raus, denen diese Botschaft irgendwie emotional aufstößt. Und ich sag nochmal, wir wollen ja nur die Transformation mit einer Emotion verbinden. Ah. Und das sind dann Leute, die entweder durch eigene Erfahrungen gebranntmarkt sind und sagen, ja, es braucht endlich jemanden, der das will. Schule ist kacke. Genau. Oder die es bei ihren Kindern merken. Verstehst du? So, und deswegen ist dieser Ankel so mächtig. Und der nächste Ankel, der sehr, sehr gut funktioniert, ist alles, was um einen Status oder Geldgewinnen sich dreht. Beispiel. Dein neuer Beruf, Doppelpunkt, Bildungssystem revolutionieren. Klingt auch super, super simpel und plump, aber danach argumentieren wir halt, wie du als Lerncoach dir ein nebenberufliches Standbein aufbauen kannst und gleichzeitig das Bildungssystem revolutionieren kannst. Also Business Opportunity sozusagen, die man bekommt, ne? Genau. Anderes Beispiel. Wir haben bei AFM gerade eine Anzeige am Laufen. Wie viele Coaches bzw. Experten rechnen 525 Euro pro Stunde ab? Absurde Frage, aber überleg mal. Und dann rechnen wir denen vor, wie wirklich der effektive Stundensatz unserer Kunden dort liegt. Spannend. Verstehst du? Und das ist halt wieder sowas Geldorientiertes als Hook. Und solche Ankels funktionieren einfach immer gut, wenn du solche Produkte bewerben möchtest. Ist natürlich jetzt die Quizfrage. Ich finde jetzt Transferleistung gefordert, ne? Kann man die Ankels auf den B2B-Bereich übertragen? Glaube ich schon, weil ich meine im Endeffekt kaufen wir im B2B-Bereich ja auch Menschen bei dir bzw. musst du Menschen auf dich aufmerksam machen. Ja. Deswegen, ich sag, dein Thema LinkedIn, Social Selling, all diese Punkte, ist ja letztendlich Arbeit mit Menschen. Müsste man auch mehr mit einer Emotionalität sozusagen verknüpfen und sagen, hey, was bringt dir das eigentlich? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin wirklich nicht viel auf LinkedIn unterwegs. Und wahrscheinlich würde ich dich zwingend brauchen, weil mein LinkedIn-Profil wirklich so veraltet ist. Aber eine Sache, und da kannst du mir doch nicht widersprechen. Wenn jemand auf LinkedIn rationalen Content postet, 20, 30 Likes, zwei Kommentare. Wenn jemand auf LinkedIn polarisierend sein Porsche postet, polarisierend, keine Ahnung, über den Verlust. Die deutsche Bahn ist kacke. Richtig. 500 Likes. Über solche Sachen redet. Immer wenn's emotional wird, reagieren mehr Leute. Und LinkedIn ist die B2B-Plattform Nummer eins. Also muss man nur eins zu eins zusammenzählen und sich denken, wie kann ich den Menschen, der letztendlich die Kaufentscheidung initiiert, er muss sie ja gar nicht treffen, wie kann ich diesen Menschen emotional ansprechen? Oh, das ist spannend, weil ich hab sozusagen, ich glaube, ich würde mich ein bisschen, ja, doch, ich versuch, glaube ich, die Leute sehr rational heute auch noch in unseren Ads abzuholen. Es macht irgendwie LinkedIn, macht Sinn, brech auch so relativ viele Einwände. Habt ihr einen Prozess sozusagen, um so Emotionen in Anführungszeichen rauszubekommen, weil, keine Ahnung, in Sales Calls oder so würde es man ja hören, ja, keine Ahnung, fünf Business-Kumpels haben mich jetzt schon alle nach LinkedIn gefragt, was ich da eigentlich mache. Und man hat so das Gefühl, er fühlt sich so wie der tollste Hecht dadurch, dass er da jetzt LinkedIn macht irgendwie mit uns, ne. Habt ihr da einen Prozess, wenn ihr so in Bereichen so völlig blank seid, was Emotionen sein könnten? Oder ist es immer Brainstorming? Ich sag dir jetzt, eine ganz, ganz stumpfe Sache, aber vor allem im B2B-Sektor, also wir haben ja wirklich nicht viele B2B-Kunden, aber wenn wir Kunden haben, die Führungskräfte oder so bedienen, dann nutzen wir sehr, sehr häufig, um Brainstormen, um Emotionen herauszufinden, um Situationen zu finden, die nervig sind, ChatGPT. Im Ernst? Ja, ja, du wirst staunen, wie krass du damit Brainstormen kannst. Also du kannst es ja wirklich fragen, du bist Führungskraft in so einem Konzern, das und das sind deine Aufgaben, bitte nenn mir 10 Situationen in deinem Alltag, die dich frustrieren. Und dann nennt es dir perfekte Situationen, auf die du Ads schaltest. Und kannst du direkt sozusagen schalten. Ja. Also das ist problemlos möglich. Und bei dir könnte ich mir zum Beispiel sowas vorstellen wie, was ist so eine typische B2B-Tätigkeit, die du mit LinkedIn ersetzen würdest? So, was sind typische andere Akquise-Kanäle, die im B2B genutzt werden? Wir schießen ein bisschen gegen die Webseite gerade und Kaltakquise, ne? Ist irgendwie so. Kaltakquise zum Beispiel. Du könntest ein Creative nehmen und jemandem zeigen, der am Telefon Kaltakquise macht. Kaltakquise, Stundensatz, was weiß ich, 14 Euro pro Stunde und dann LinkedIn-Beitrag schreiben, einmal pro Woche, 3000 Euro pro Stunde. Weißt du, so richtig polarisierend könntest du auf dein Creative schreiben. Du könntest das auch in die Hook schreiben. Warum machst du noch Kaltakquise, wenn du einen LinkedIn-Beitrag pro Woche mit 3000 Euro Stundensatz schreiben könntest? Und dann hast du halt die Geldhook, verstehst du? Und es ist trotzdem emotional so ein bisschen. Dafür brauche ich dich, Finn, heute. Perfekt. Dafür nutze ich dich heute. Ja, heute kommen die Ad-Creatives raus hier. Und so würde ich vorgehen, weißt du? Weil ich glaube, das ist gut, dass du diesen Punkt auch noch mal sozusagen nach Hause treibst, weil ich habe das Gefühl, gerade auf LinkedIn in der B2B-Welt hat man immer noch diese Diskussion, und so, ja, aber wir haben ja Firmen auf der anderen Seite. Und ich so, ja, das ist aber auch ein Einkäufer, der da kauft oder nicht. Oder ein Investor, der dir da gegenüber sitzt. Und es ist noch mal cool, mehr auf die Emotionen sozusagen zu gehen, als auf die rationale Ebene, was den Leuten irgendwie sinnvoll erscheint. Ich würde gerne einen Schwenk sozusagen rüber machen, da werde ich ja, da brauche ich deine Expertise. Wir haben einen relativ guten, ich würde mal sagen, eine LinkedIn Academy aufgebaut. 99 Euro pro Monat, sind auf relativ guter Flughöhe mittlerweile, ich glaube, über 500 zahlende Mitglieder irgendwie. Nice, Glückwunsch. Und ich kriege sozusagen mit dem Webinar-Funnel hin, Break-Even zu fahren. Mach das wirklich live jetzt auch gerade regelmäßig, ja. Bin aber Monat für Monat irgendwie so, woran wüsste ich, dass ich da jetzt 10.000 Euro mehr in Ad-Spend irgendwie reinschmeiße? Und da dachte ich mir so, ey, Finn wird mir hoffentlich irgendwie die Lösung liefern, ne. Also das ist im Wesentlichen eine 99 Euro pro Monat-Community, oder? Genau, ich mache es ganz pfiffig, genau, den Punkt musst du noch gehört haben. Ich mache ein Live-Training und da mache ich sozusagen Drop auf, was nehme ich jetzt, 299 Euro für sechs Monate. Also das bedeutet, sie bezahlen die Hälfte für die sechs Monate und danach kommt dann 99 Euro pro Monat. Okay. Und damit komme ich in den Webinaren halt plus minus null mit ein bisschen mehr sozusagen raus, nehme aber halt alle Leads und alle Registrierungen sozusagen mit, die sich dafür anmelden. Verstehe ich. Und jetzt bin ich immer so, müsste ich noch irgendwas dahinter bauen, um sozusagen die Profitabilität direkt hinzubekommen? Oder reicht das schon, wenn ich break-even bin, um irgendwie zu sagen, ich gehe von 10K auf 20K als Spend? Ist das das Einstiegs-Offer oder ist das das Core-Offer in deinem Funnel? Ne, das ist unser Einstiegs-Offer. Also da sollten eigentlich alle durchgelaufen sein, die später dann in die Beratung kommen bei uns. Was ich machen würde, auf jeden Fall, was sofort deinen Umsatz erhöhen wird, das haben wir super lange vernachlässigt und machen wir jetzt rigoros in all unseren Projekten Aktionsmarketing. Dass nicht nur du im Webinar diese Preisaktion hast, sondern auch an ganzen Leads, die sich über die ganzen Wochen und Monate eingetragen haben, automatisiert immer wieder Aktionen bekommen. Oh, das gefällt mir. Du musst ihnen in den Po treten und Aktionen fahren. Glaub mir, du wirst garantiert sofort mehr Umsatz machen. I love it, mehr davon. So, du kannst morgen wieder so eine, hey, ich bin's nochmal, Kampagne raussenden oder so. Ja. Oder mein Techniker hat einen Fehler gemacht. So, raussenden. Und so, weißt du, sowas kannst du raussenden und dann morgen nochmal so ein Bundle-Offer anbieten. Ja. Und dann, let's go. Also best case ist, dass man, keine Ahnung, mit 10, 20 Prozent Profit irgendwie pro Monat rausgeht und dann entspannt sozusagen hochdrehen kann. Oder was visiert ihr an? Oder seid ihr da mehr als profitabel, kalt? Ähm, also kalt, wir verkaufen jetzt zum Großteil High-Ticket. Ich hab gleich noch eine andere Idee für deinen Cold-Funnel-Community. Und da seid ihr immer direkt kalt profitabel? Ich hatte gerade vorher das Meeting, ähm, bezüglich Roars Februar. Und kann dir jetzt, wir rechnen quasi Roars immer acht Wochen im, äh, nachher aus, weil unser Save-Cycle halt so zwischen sechs und acht Wochen dauert. Unsere Tickets sind ja ein bisschen höher. Ja. Und, ähm, wir haben auf Erstgespräch-Anzeigen sehr konstant sieben- bis achter Roars innerhalb von acht Wochen. Krass. Und, ähm, auf, ähm, unseren Speckmantel-Funnel. Für eure Agentur. Bei eurer Agentur. Und bei, ähm, High-Ticket-Offer-Coachings haben wir so fünf bis sechs. Krass. Roars innerhalb von acht Wochen. Und bei, äh, unserem Speckmantel-Funnel haben wir... Liebe das Wort, ja. Bei unserem Speckmantel-Funnel haben wir tatsächlich da nicht auf acht Wochen, ganz, ganz wichtig, sondern eher so auf zwölf Wochen, weil der Save-Cycle ein bisschen länger dauert. Aber beim Speckmantel-Funnel hatten wir im Januar eine Zehner-Roars. Krass. So. Was würdest du sagen, sind die, was sind die Erfolg, Angebot-Ticket-Preis sozusagen, ne? Also das bedeutet, ja, Auftragsvolumen, was ihr bekommt, ne? Und fertig, ja. Wir haben halt unser Offer so weit optimiert, dass es ein sehr guter Product-Markt-Fit ist und die bekommen auch einfach super viel. Ja. Ähm. Aber dann würde man ja sozusagen finden, da würde ja jeder, obwohl man hat in der Agentur immer das Kapazitätsproblem, ne? Weil dann würde ja jeder sagen, wenn du so ein Roars von sieben, acht hast, da kannst du unendlich Geld reinschmeißen, ne? Schwierig. Und über die kommst du mit den Mitarbeitern und der Struktur nicht hinterher. Klar. Und wir wollen auch gar nicht viel größer skalieren. Ich meine, wir sind jetzt 40 Leute. Wir wollen jetzt eher den Zweig skalieren, wo wir Beteiligungen aufbauen. Ähm. Aber was ich bei dir jetzt, also was bei dir ein Punkt wäre, den ich ansprechen würde, wir Deutschen hassen halt Abos. Das ist ein Ding, ey. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass du kein Abo mehr anbieten solltest, aber wo die Leute bei dir ins Webinar kommen, sind sie ja noch gar nicht gewöhnt, dich monatlich zu haben. Also dich monatlich zu sehen. Die wissen ja noch gar nicht, wie es ist, Teil von der Community von dir zu sein. Ähm. Ähm. Was ich an meiner Stelle eigentlich eher machen würde, wo ich die Erfolgswahrscheinlichkeit höher sehe, ist die Leute erstmal in eine kostenfreie Community zu verbinden. Also ein Freemium-Modell. Genau, zur Interaktion zu bringen. Und dann fängst du an, du hast es gerade perfekt gesagt, Freemium-Modell. Warum funktioniert Freemium so gut bei Apps? Du merkst irgendwann, hey, Free ist geil. Bei Free bekomme ich Mehrwert in Form von Spaß zum Beispiel bei Spielen. Bei dir in Form von Mehrwert. In Form von Know-how. Aber ich merke an Stellen, die mich pieksen, die mich nicht erstechen, sondern die mich pieksen, dass es viel angenehmer und sinnvoller wäre, dem Verkaufsmodell beizutreten. Und da kommst du ins Spiel. Beispiel. Du machst ja wahrscheinlich in deiner 99-Euro-Community immer mal wieder Trainings. Auf jeden Fall. Jede Woche. Sensationelle Workshop. Du machst jede Woche ein Training. So, was könntest du zum Beispiel in der Free-Community machen? Achtung, am Mittwoch poste ich endlich wieder wie jeden Monat einmal exklusiv die Hälfte von unserem Training aus der bezahlten Gruppe. So, dann postest du da einmal im Monat das Training aus der bezahlten Gruppe. Aber es hört mitten im Satz auf. In der Mitte. So, verstehst du, was ich meine? So was könntest du halt machen. Und dadurch gibst du nur einen Mehrwert, aber du sorgst halt dafür, dass die Leute irgendwann gewöhnt sind an deine Paid-Community. Und dann, und dann lädst du deine Free-Community-Mitglieder immer wieder mit einem geilen Entry-Offer ein in deine Paid-Community. Stichwort Aktionsmarketing. Du kannst deine Community-Mitglieder durch ein Evergreen-Marketing, zum Beispiel einmal im Monat, Live-Training in deiner Free-Community, convert into Paid-Community und durch Aktionsmarketing halt supergut in deine Paid-Community converten. Ich finde, du hast genau das bestätigt, wo jemand aus meinem Team diese Woche drauf gekommen ist. Weil wir hatten wirklich, wir sind drauf gekommen. Russell hat ja irgendwie das MIFGI-Modell gepusht. Ja. Und genau das gemacht. Jetzt haben wir bloß einen Fehler in den letzten sechs Monaten gemacht. 14 Tage for free, aber Zugriff auf alles. Kannst dir vorstellen, was passiert? Smarte Leute ballern 14 Tage den gesamten Kurs durch und sind dann wieder ciao. Bis ich irgendwann so diese Retention-Rate ausgerechnet habe und dachte mir so, ich drehe da 100 plus Leute pro Monat durch, die sich for free sign-upen. Aber 80 gehen auch wieder raus, ne? Richtig. Und ich so, ja, vielleicht sollten wir irgendwie ein paar Module, die Nacktbilder von Robert, ne? Hinter die Gates packen, ne? Das habe ich jetzt mitgenommen, ey. Das gefällt mir gut, ey. Und dann mit den Aktionen die Leute auch immer wieder reinlocken und sagen, hey, komm in die bezahlte Version, da kriegst du das. Oh, Finn, das könnte der Schlüssel werden, damit das dieses Jahr richtig lustig wird, ne? So. Und was du dann natürlich einbauen kannst in die Free-Community sind irgendwelche Gamification-Ansätze. Ich bekomme aktuell jeden Montag so ein Newsletter und das finde ich sehr, sehr smart von denen. Ich bekomme jeden Montag ein Newsletter von so einem Podcast, den ich höre und da schreiben die in die allererste Zeile großes Dankeschön an X, Y und Z, inklusive LinkedIn-Profil, die diese Woche am meisten neue Leute auf den Newsletter aufmerksam gemacht haben. Ach krass, ey. Und da will man dann irgendwie so selber stehen irgendwann. Richtig. Das hat mich selbst schon getriggert. Ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Big status. Big status. Du gibst denen die Möglichkeit big status. Und bei dir könnte es ja genauso gehen. Also du könntest ja auch in deiner Community für Status sorgen, indem du bestimmte Leute hervorhebst. Du kannst sogar dafür sorgen, dass, ich glaube, du machst es über School, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch angeboten wird bei School. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber du könntest ja dafür sorgen, dass deine Premium-Member auch Gründe haben, in der Free-Community zu interagieren, aber dort die ganze Zeit angezeigt werden mit so einem Badge. Ei, den blauen Button und so, na, das lieben die Leute. Richtig. Ja, das lieben die Leute. Die upgrade ist. Verstehst du? Ja. Ey, das ist perfekt. Perfekt sozusagen die Richtung, die ich einschlagen würde. Weil sozusagen das Angebot dahinter ist auch der Wahnsinn. Die Leute sind alle total geflasht, weil die meisten für das, was wir da drin haben, keine Ahnung, drei bis fünftausend Euro bezahlen, wenn nicht sogar mehr, wenn du so ein klassisches Coaching-Angebot dazu nimmst, ne? Und dass wir dann noch die Community und die Workshops dahinter haben, ne? Sind alle unglaublich dankbar. Und ich glaube, jetzt sind es so ein paar Tweaks, ne? Ja, Onlyfans nehme ich heute mit, Fynn, ne? Dass sie halt nicht alles von Anfang an bekommen, sondern dass man halt die guten Sachen hinter das Gated-Ding packt. Und das hat tatsächlich schon extrem gut funktioniert, dass Leute diese Free-Version mitgenommen haben. Also da war ich gewundert, weil auch ich immer wieder das gehört habe, so Abos in Deutschland immer ein bisschen schwierig. Aber wie du sagst, wenn die es so einmal erlebt haben und so gemerkt haben, hey, das ist ja der Wahnsinn hier, dann sind die Leute auch so, ja, let's go, dann mach ich das, ne? Ja, die Erfahrung zeigt halt, Abo zu verkaufen ist schwer. Abo abzugraden aus etwas, was die Leute schon mögen und benutzen, ist halt was anderes. Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich noch überlege, weil ich auch lange drüber überlegt habe, was einfach für die Mitglieder sozusagen der nächste sinnvolle Schritt ist, ne? Habe ich das Gefühl, dass halt Content nicht ist, ist alles irgendwie erklärt. Und habe überlegt, ob ich noch so ein zusätzliches Mastermind-Format irgendwie für die Leute da drin ausrolle und sage, hey, es kostet irgendwie 199 Euro pro Monat, ne? Und da schließen wir uns alle einmal pro Monat irgendwie ein. Und ich habe das Gefühl, das ist dann wahrscheinlich so der Profit-Kicker, damit diese ganze Kiste halt super profitabel irgendwie laufen kann, ne? Ja. Aber ihr versucht immer im Frontend komplett kalt profitabel zu sein? Holy shit, ey. Ja, wir müssen es ja. Also wir müssen ja profitabel sein. Wir haben quasi keine andere Alternative. Natürlich sind wir nicht mit jedem Kunden sofort kalt profitabel. Das will ich gar nicht irgendwie staten. Das ist unmöglich. Was ist denn da der Frame auch für die Kunden, den ihr mitgebt? Ist das so ein Drei-Monats-Horizont oder was ist da realistisch? Genau. Wir wollen so innerhalb der ersten vier bis fünf Monate ROI null sein. Also quasi schwarze Null. Weil das muss man den Leuten ja auch erstmal verklickern. Die meisten sind ja so, ich schmeiß Maschine an, ein Euro rein, fünf Euro raus, ne? Ab Tag eins. Also das ist ja ein langer Weg, den Leuten das zu erklären oder nicht? Die Erwartungshaltung ist da schon teilweise wild. Aber das ist so das, womit wir rausgehen. Und in einem optimierten Modell muss dann aber Roars von ... Also wir rechnen pessimistisch mit einer vier. Ja. Und sonst sechs, sieben, acht muss da sein. Auch vor allem über einen längeren Zeitraum. Und da kommen dann halt solche Sachen rein. Wir haben halt bis vor einem, anderthalb Jahren gar kein Aktionsmarketing gemacht. Und es ist einfach nur dumm. Ja. Ey, da sehe ich auch einen riesen Kicker drin. Ich habe immer wieder so ... Ich habe mir aus dem E-Commerce-Bereich so Flash-Sales abgeguckt, ne? Weil die haben das ja auch irgendwie standardisiert. So 48 Stunden kannst du dir das und das sichern. Und ich so, Digga, ist ja mega smart. Habe ich dann auch ein paar Mal gemacht und dachte mir so, ey, da kamen so viele ... Subscriptions sozusagen drüber, dass das ein guter Winkel ist. Auch cool ist. Das Wort gefällt mir, ey. Das kann man pushen. Aktionsmarketing. Herr Finn, was mich noch interessiert. Ein Winkel, der mir gerade einfällt. Irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, dass ihr ja für eure Kunden sozusagen nicht das Sales übernehmen könnt, ne? Dass das ja so ein sozusagen einfach eine Challenge ist, den Kunden auch von null sozusagen Sales beizubringen, ne? Hast du da einen Einblick sozusagen, was ihr denen rudimentär beibringt? Ist das ein Basic-Sales-Training und die kriegen einen Leitfaden oder wie macht ihr das? Das haben wir neulich komplett umgestellt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, das, was wir denen an Sales-Training free gegeben haben, haben wirklich 1% umgesetzt. Krass. Ach, die haben nicht mal reingeguckt. Teilweise haben sie reingeguckt. Reingeguckt wahrscheinlich so 20, 30%, aber umgesetzt unter 1% wahrscheinlich. So. Und liegt nicht daran, dass sie uns nicht mögen oder dass wir Schwachsinn hielten, sondern einfach, weil der Leidensdruck nicht da war. Deshalb haben wir es jetzt so umgestellt. Wir haben einmal die Woche für alle unsere Kunden ein Live-Sales-Coaching, wo jeder Kunde reinkommen kann und seine Fragen rund um Sales stellen kann. Wir haben kein explizites, automatisiertes Sales-Training mehr, weil das einfach nicht angenommen wird. Das guckt sich keiner an, das setzt sich keiner um. Wenn du von uns Sales-Input haben möchtest, musst du in diese Live-Schulung kommen. Und in dieser Live-Schulung wird auch wirklich weitergeholfen. Top Mehrwert, wir haben extra einen Sales-Coach eingestellt, Vollzeit. Der internen und externen Sales-Coach. Und dann, wenn die Leute den nächsten Schritt gehen möchten und zum Beispiel von uns Skripte ausgearbeitet haben möchten, dann kommt wieder dieser Done-For-You-Ansatz ins Spiel. Wir sind wirklich positioniert als Done-For-You-Partner. Bedeutet, wenn du Skripte von uns haben möchtest ... Kannst du das zubuchen oder was? Buchst du Done-For-You-Skript-Erstellung, beziehungsweise Done-With-You-Ansatz, Skript-Erstellung mit dir. Weil ganz ohne dich können wir die Skripte natürlich nicht erstellen, ist klar. Aber plötzlich nehmen die Leute das auch ernst, ne? Richtig, weil dann benutzen das die Leute, weil sie dem einen Wert vermitteln und das funktioniert dann auf einmal. Das ist verrückt, dass man den Leuten sozusagen einen Preis dafür verlangen muss, damit sie es wirklich dann ernst nehmen am Ende. Das ist wirklich eher crazy. Und die Schulung live holen, weil du wirst dann sehen, bei uns kommen so, ey, wir laden jeden Donnerstag um 16 Uhr fast 200 Leute, also aktive Kunden ein zu diesem Sales-Training. Es kommen maximal 28. Krass. So. Ey, es ist wirklich, Sales ist ein richtig undankbares Thema, habe ich das Gefühl. Gerade so, wenn man eher so auf der Marketing-Seite unterwegs ist, ne? Und die Leute, ich glaube, die Kunden, die sozusagen lehnen dann auch mehr in die Richtung. Sales, ja, kann ich. Wenn jemand vor mir sitzt, dann schließe ich den ab, ne? Ja, ja, klar. Und dann höre ich. Ich brauche nur Leads. Ja, ich brauche nur Leads. Sales war doch nie in meinem Leben ein Problem. Dann liefern wir Leads. Ja, eure Leads passen nicht. Ja, die Leads sind Mist. Quatsch, so, es ist was ganz anderes an jemanden, der dich nicht kannte und sich über eine Online-Kampagne eingetragen hat, zu verkaufen, als an Tante Emma, die von ihrer Freundin Ise, die schon 20 Jahre bei dir ist, empfohlen wurde, weißt du? Also, es ist halt ein Game-Changer. Ey, wie lustig, ey. Ja, aber das ist, also das bedeutet auch, ihr habt aber auch doch relativ viele Kampagnen gemacht entlang des Weges, wo ihr direkt sozusagen auf einen, ne, warte, ich muss das sortieren. Weil, euer Kernfunnel heute ist doch Ads auf eine Landingpage mit dem Angebot, oder? Und aufs Telefonat gehen. Genau, ja, ja, das Gesprächfunnel. Oder Gesprächsfunnel ist schon der Kern. Sagen ja ganz viele draußen, reiten das Ding und sagen, es funktioniert nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Ja, wenn man vertrieblich sich nicht anpasst und marketingmäßig sich auch nicht anpasst, dann funktioniert es nicht mehr, sage ich ganz klar. Und wenn man das Budget nicht hat, dann funktioniert es in manchen Bereichen auch nicht mehr. Aber wir haben, Robert, ich kann dir jetzt aus dem Stehgreif 50 Kunden nennen, die unter 50 Euro pro Erstgespräch bezahlen. Krass. So, und auch wir haben nur durch eine Kampagnenänderung Anfang diesen Jahres unseren Leadpreis pro Erstgespräch halbiert. War auch für mich ein kompletter Game-Changer. Von 400 auf 200 Euro. Was hat denn gemacht? Dadurch ist das Jahr sofort geskyrocketet. Hat alle Rekorde sofort gebrochen. Bedeutet, es ist nicht so, dass der Erstgespräch-Funnel bei dir nicht funktioniert, lieber Zuhörer. Du kommunizierst halt nur Dinge, die keinen interessieren. Es ist halt so. Das war eine Riesen-Challenge auch für mich. Weil ich kann mich natürlich freuen, dass jetzt am Anfang des Jahres eine Kampagne online gegangen ist, die meinen Leadpreis halbiert hat. Aber ganz ehrlich. Es war sozusagen eine Kampagne sozusagen mit einem anderen Winkel, die plötzlich das halbiert hat. Richtig. Holy Shit. Auf einmal, von einem Tag auf den anderen. Krass. So. Und ich kann mich darüber freuen und tue ich auch. Aber auf der anderen Seite habe ich ein Jahr verpennt, wo ich diese Kampagne online geschalten habe. Verstehst du, was ich meine? Ich habe halt ein Jahr lang 400 Euro pro Lead gezahlt und dachte, das wäre der Standard. Ah, und es war schon sozusagen gefestigt im Kopf so, 400 kriegen wir nicht mehr geschlagen. Richtig. Genau. Wir dachten halt, okay, wir zahlen 400 Euro pro Erstgespräch. Auf einmal habe ich gerade das Februar-Monatsreporting gemacht, 260 Euro pro Erstgespräch. Krass. Kannst du teilen, was der Winkel ist? Ja, klar. Unser neuer Trailer auf der Webseite, wenn du dir den anguckst, da zerstören wir mit einer Abrissbierne eine Stehuhr. Das ist die Hook, die alles verändert hat und dazu eine Copy, die auf Zeit gegen Geld ... Ach, und den habt ihr sozusagen, den Trailer habt ihr nie in die Ads gezogen oder was? Den Trailer haben wir ganz neu produziert. Ah, geil. Krass. Vielleicht erinnerst du dich an unseren Buchtrailer, wo wir eine Abrissbierne durch ein Bücherregal gemacht haben. Ja, die Abrissbierne, die haben sich durchgezogen. Hättet ihr nur noch Miley Cyrus buchen müssen, ey. Wir haben tatsächlich eine App, wo Alex auf der Abrissbierne schwingt. Doch, doch, doch. Das ist richtig geil. Aber wir wurden die ... Wir waren so dumm. Wir wurden die ganze Zeit auf Events angesprochen. Ey, das sind die Jungs mit der Abrissbierne. Und dann in Erstgesprächen haben wir, ja, die Abrissbierne fand ich so witzig. Und wir haben 180.000 Euro zwischen der Abrissbierne und diesen Trailern jetzt in einen Trailer investiert, wo weder eine Abrissbierne ... Keine Abrissbierne. Genau. Ihr wart die Abrissbierne, Jungs, und habt ihr es nicht geritten? Richtig. Mach es doch einfach. Reite doch einfach eine Sache, wenn du un ... Also, es war ja unbeabsichtigt, dass wir dadurch erfolgreich geworden sind oder dafür. Aber jetzt sind wir halt die Typen mit der Abrissbierne und es funktioniert insane. Hey, wie witzig das ist, ey. Wir haben gemerkt, dass unsere Zielgruppe ist halt eher analog. Die sind halt nicht digital, 10 Milliarden Dinge passieren. Du meinst, sie kennen doch Abbruchunternehmen oder was? Ja, die mögen es einfach. Die können es sich besser merken, wenn was Analoges passiert. Und deswegen haben wir jetzt eine Abrissbierne in eine Stehuhr zerstören lassen und sagen, Schluss mit Zeit gegen Geld. Und das checken halt die Leute. Das bleibt ein Gerechtes. Ja, starkes Bild, ey. Und ja, das hat auf einmal unsere CPLs halbiert und jetzt Februar, absoluter Rekordmonat ever. Geil, ey. Das ist auch schön zu hören, weil ich habe das Gefühl, alle in Deutschland sind irgendwie so, boah, die Wirtschaft ist voll lahm und boah. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie geworden. Auf jeden Fall. Und es ist gut, dass ihr da irgendwie gut Gas gebt. Aber so witzig, der Typ von, ich weiß nicht, wie der heißt, von Diary of the CEO, dieser Podcast-Host. Ja, ich weiß auch. Genau, weißt du, und der hat ein Buch geschrieben und der meinte auch, Absurdität sozusagen skaliert. Meinte, er hatte irgendwie so ein Fitnessstudio, wo eine gigantische Schaukel drin war. Und wirklich Kumpels ihnen immer erzählt haben, komm, lass mal in das Fitnessstudio. Da gibt es eine gigantische Schaukel. Und man war so, ja, was ist jetzt die Schaukel so besonders? Ja, wirklich. Aber ich glaube, das ist mit der Kugel da gleiches Spiel mit der Abrissbirne. Geil, das freut mich. Und sag mal sozusagen, euer Hauptfunnel ist dann einfach auch Gesprächsfunnel oder was? Keep it simple für eure Agentur. Wir machen, wir sagen es immer wieder, wenn Leute versuchen, uns zu sagen, dass der nicht funktioniert und nicht der richtige ist. Hey, wir geben jeden, die letzten Monate haben wir 65.000 Euro darauf ausgegeben, hat super gut funktioniert. Strammer ROI ist es nicht, dass der Funnel nicht der richtige ist, sondern entweder bist du nicht bereit, budgetmäßig das zu investieren, was notwendig ist, oder du kommunizierst halt Dinge, die keinen interessieren. Crazy. Was waren denn die Schritte sozusagen, um auch auf 65.000 Adspend zu kommen? Wir haben angefangen mit 50 Euro daily, 2,19. Ja. Erstmal, wir haben nie aufgehört zu investieren in Werbeausgaben. Also immer laufen lassen sozusagen. Wir haben sie nicht abgeschaltet und dann Step by Step, wo wir mit den Leuten in Kontakt gekommen sind, gesehen haben, welche Anzeigen funktionieren, einfach immer mehr den Ad-Account in die Richtung entwickeln. Mit 65.000 pro Monat, reicht man nicht da gefühlt schon ganz Deutschland mit? Jeden Tag. Und wir sammeln schon gut Impressionen. Ey, aber jeden Tag lernen wir Leute kennen, die uns noch nie gesehen haben. Wir haben ja auch einen Buchfunnel, wir haben den PDF-Funnel, wir schalten auch Werbung auf YouTube, aber ... Ich bin immer so, dass ich denke, mit meinen 500 bis 800 pro Tag bin ich immer schon so, Mann, da kenne ich mich immer ganz Deutschland, aber es ist gut zu hören, das ist ja, boah, das sind ja 2.000 pro Tag, ey, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja. Hä, das ist gut zu hören und dann buchen die sich einen entspannten Telefonat und dann haben die ja noch nicht groß was von euch gesehen, ne? Aber so Speckmantelfunnel, so im Kampf der, im Kampf der, was ist denn mit Webinarfunnel im Sinne von Live-Webinar oder so? Machen wir jeden Monat. Jeden Monat einmal. Warm oder auch geboostet mit kalten Ads? Ganz, also weniger kalte Ads. Ähm, ich hab nämlich auch das Gefühl, dass das mein Modell ist, ne? Einfach warm die Leute einladen, die da um einen rumtingeln und konvertieren und gar nicht Ads drauf schalten. Wir nennen das Farming-Webinar und ich kann's nur jedem ... Junge, Finn, gib mir diese Begriffe. Love it, ey. Hier wird geerntet in diesem Webinar-Ads. Ja, ist ja so, weil, ähm, du nimmst ja quasi das, was du gesät hast und erntest es endlich. Ey. Also, wir haben gemerkt, wir haben mal analysiert, wir haben früher sehr viel Adspin auf Webinare geschalten. Wir haben so, keine Ahnung, 10k auf ein Webinar geschalten, Webinar war profitabel, okay, 15k. No, so what, 20k. Und dann hab ich irgendwann mal analysiert, das war auch ein sehr, sehr schicksalshafter Moment, weil ich gemerkt hab, wie viel Geld wir verschwendet haben. Anstatt mich aufzugeilen an Leadpreisen, wer kauft am Ende in dem Webinar? Also, wenn du dir mal anguckst, auch gar nicht, wer bucht sich ein Beratungsgespräch nach dem Webinar, sondern wer kauft. Es waren nur zu 10% diejenigen, die vorher kalt über eine Webinar-Anzeige generiert worden waren und 90% Leute, die vielleicht schon ein, zwei, drei Monate in unserem Kosmos rumgeflogen sind und dann von dem Webinar gehört haben und dann sich eingetragen haben. Ja, und ziehst du das mit dem Gesprächsfunnel dann nach vorne, dass die Leute sozusagen so viele Impressions bekommen auf eure Webseite und dann irgendwie Vertrauen haben? Genau, die tragen sich zum Gespräch ein und werden dann zu den Webinaren eingeladen. Wir bewerben ja auch den PDF-Funnel, somit 800, 900 daily. Den übrigens 100% auf YouTube. Speckmantel-Funnel, geisteskrankes Format für YouTube. Es ist sozusagen Lead-Magnet und dahinter sozusagen kommt der Pitch aufs Telefonat, ne? Ja, richtig, richtig. Erstgespräch brauchst du nicht versuchen auf YouTube. Also haben wir noch nicht, also auf kleinem Scale immer mal wieder zum Laufen gebracht, aber für uns, für die Agency nie auf einem größeren Scale. Wir mussten immer den Umweg über den Speckmantel-Funnel gehen. Aber bist du nicht so, gib mir mal das Argument finden, das will ich irgendwie noch knacken. Du hast sozusagen, du hast den Funnel von dem, den Gesprächsfunnel von eurer Webseite und du hast sozusagen ein Webinar, ein kaltes, ne? Ja. Und würdest sozusagen 50-50-Adspend machen. Ja. Bei der Webseite hast du ja gar nichts in deinen Händen, also außer Terminbuchung, ne? Ja. Aber weil das Angebot so straight ist, hast du direkt die Leute, die, keine Ahnung, die 5% im Markt sind, die direkt kaufen wollen. Und im Webinar hättest du zwar mehr Leads in deiner E-Mail-Liste, aber es wären Leute, die in der Journey einfach viel weiter vorne sind. Ja. Oder wie würdest du es? Das kann ich dir relativ einfach vorrechnen. Erstmal in Bezug auf den Webseiten-Funnel, da generierst du, ja, da generierst du viel teurere Leads und dir gehen auch viele durch die Lappen, aber du generierst halt auch die bereitesten Leads, allein von der Qualifizierung und vom State her. Zu einem Webinar kann sich jeder eintragen, zu einem Termin trägt sich nur jemand ein, der wenigstens in der Erwägungsphase in Bezug auf... Ja, das ist wirklich spannend, weil wirklich, das würde ja bedeuten, mehr Adspend auf die Homepage sozusagen zu schießen und die mehr Split zu testen, dass du dann vielleicht weniger Buchungen hast, aber das sind die, die Leute, die kaufen. Ey, hab ich noch nie gemacht, ey, muss ich machen. So, ähm, das ist ein Punkt. Und dann beim Webinar, die Leute in unserer Branche wissen halt, dass Webinare Verkaufsveranstaltungen sind, so ein Großteil. Die waren schon in 10.000 Webinaren. Allein wenn ich es Webinar nenne, dann hängt den Leuten das schon voll zum Hals heraus. Ja. Deswegen sind, wenn es mir rein um die Lead-Gewinnung und Konvertierung danach ins Erstgespräch geht, dann bin ich mit dem Speckmantelfunnel viel günstiger. Ein Lead kostet mich die Hälfte beim Speckmantelfunnel im Vergleich zum Webinar, weil die Leute halt keinen Bock mehr auf Webinare haben. Ja, was zum Downloaden ist einfach, ne? Richtig. Und danach schauen sie sich ja sowieso ein Online-Training an von mir und tragen sich fürs Erstgespräch ein. Aber trotzdem hat der Funnel sozusagen nicht eure Homepage geschlagen, weil die Journey länger ist. Genau, und weil das Commitment der Leute viel geringer ist. Geringer ist. Die Lead-Qualität, die da drüber rumkommt, ist viel geringer als die von der Homepage. Hä, dann habt ihr heute nur noch zwei Funnels oder drei Funnels? Buch. Geisteskrank. Wie ist denn der Ad-Span verteilt? Hä, aber bei Buch musst du doch eine endlose Journey haben, oder nicht? Bis da jemand mal reinguckt, ey, dann sind doch zwölf Monate vergangen. Kannst du mir ja nicht erzählen. Aber die gelesen haben, die kaufen bestimmt direkt. Ja, das sind ganz lustige Metriken, kann ich gleich erzählen. Wir haben Ad-Spend-mäßig wahrscheinlich so 85% EG und der Rest teilt sich halt auf in Buch, sieben Angebote, Webinare. Das 85% ist Webseite? 85% Webseite, ja. Split testet ihr die irgendwie? Die Webseite, ja. Wir haben, war auch ein Riesenpart, der zu der Lead-Preishalbierung beigetragen hat. Wir haben jetzt gerade eine Webseite, die, warte, ich schaue es mal parallel nach, ich glaube, ich hoffe, ich mache es jetzt gerade nicht kaputt. Du siehst mich noch, ne? Ja, ich sehe dich noch. Weil ich denke mir, dass immer Leute haben immer so schicke Webseiten, aber ich denke mir so gerade, wenn man da viel Ad-Spend drauf schickt, dann muss man das doch split testen. So, wir hatten im Februar auf unserer Webseite ... Ey, ich sehe Alex da auf der Abrissbirne, ey, holt mich ab. Ey, schaust du gleich auf der Webseite an. Das können wir auf jeden Fall an. Wahrscheinlich hat das die Conversion gebracht. So, wir haben 4,3% Conversion ins Gespräch und im Januar hatten wir sogar 6,2%. Üblicherweise rechnen wir so mit ... Das hört sich mega viel an. Ja, üblicherweise rechnen wir so mit 3 und wir haben die halt hochgetestet jetzt so bis 4. Krass. Und damit stimmen die Metriken halt komplett, ne? Das ist kein Problem. Crazy. Da muss ich auch ran, da habe ich auch Bock zu, weil ich habe da mal so einen ersten Durchlauf gemacht, 5000 Euro irgendwie auf die Webseite geschossen und da ist halt gar nichts passiert. Aber es muss halt eine Landingpage sein, ne? Genau, muss eine Landingpage sein. Ja, aber das kriegt man ja hin. Und wenn du auf unsere Seite gehst, dann siehst du auch sofort Alex aus der Abrissbirne. Also musst du dir gleich auf jeden Fall mal angucken. Ey, das gucken wir auf jeden Fall gleich an. Ey, aber crazy. Das nehme ich mal mit, weil ich kann mir vorstellen, halt auch diese 5% im Markt sozusagen viel mehr abzugreifen, als irgendwie diesen Umweg mit einem Webinar zu machen. Das ist halt nochmal sehr, sehr spannend, weil viele Leute, glaube ich, auch eine andere Lösung suchen. Und wenn man die sozusagen präsentiert, ist ja viel einfacher. Was mir herausgehört habe, dass ihr mal ein bisschen so die Füße in die B2B-Welt reingesteckt habt, aber dann auch mehr oder weniger wieder rausgezogen habt, ne? Beweggründe? Wir können ihnen helfen. Wir können ihnen helfen. Zu 100%. Die Sache ist nur, und das kennst du wahrscheinlich aus deiner Arbeit, die Sales-Zyklen im B2B sind deutlich länger. Ja. Und die Maßnahmen, die wir für sie umsetzen, funktionieren. Es ist nur wichtig, und das sagen wir denen auch ganz von Anfang an, es wird ein bisschen länger dauern. Ja. Einfach dadurch, dass die Sales-Zyklen länger sind, Entscheidungszyklen sind länger. All das, was wir umsetzen, macht Sinn und baut denen ein gutes Fundament auf. Es dauert halt nur ein bisschen länger als in B2C- beziehungsweise B2E-Bereichen. Aber der Hauptkunde von uns ist in irgendeiner Weise im Gesundheitsbereich, im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder im Mindset-Spiritualitätsbereich. Das ist eher der Bereich, in dem wir positioniert sind. Führungskräfte, Trainern können wir auch helfen, aber es dauert halt ein bisschen länger von den Zyklen her. Ja. Ey, das ist nochmal spannend zu hören, weil ich habe auch sozusagen das Gefühl, dass LinkedIn-Ads zum Beispiel, ich suche auch immer noch sozusagen, dass wir Kunden gefühlt eine Kampagne online schalten und let's go. Aber dass uns dann halt wirklich die Sales-Zyklen das zergrätschen. Wir haben einem Kunden geholfen, einem Start-up sozusagen, im Maschinenbaubereich. Wirklich, da kamen über 500 Leads, der wusste gar nicht, wohin damit. Aber meinte dann nach einem halben Jahr auch, ey Robert, realisiert, bis ich bei dem ersten Mal zum trockenen Kekse-Essen eingeladen werde von den Maschinenbauern, sind sechs Monate vergangen. Und bis dann der Auftrag kommt, sind die nächsten sechs Monate vergangen. Und da dachte ich mir so, Alter, man hat diese Waffe von Ads und könnte es im B2B-Bereich schalten, aber bringt halt überhaupt nichts. Und deshalb habe ich das Thema auch immer mehr sozusagen in den Hintergrund gerückt und gesagt, den meisten Firmen im B2B-Bereich reicht irgendwie ein gutes organisches Konzept. Wir haben sozusagen unser Konzept jetzt auf dem Vortrags-Funnel getauft, dass wir so ein LinkedIn-Funnel gebaut haben, relativ ähnlich zu so einem Video-Funnel. Und das reicht den meisten. Wenn die ein bisschen mit Content sozusagen online sind, dann kriegen die ihre zwei, drei Aufträge pro Monat. Brauchst du nicht eine Werbeanzeige schalten. Ja, verstehe ich voll. Also kann ich auch mal prozentig nachvollziehen. Ja, und Finn, sag mal, AFM ist ja eine krasse Erfolgsgeschichte, die Mediengruppe AFM, nee, die AFM-Gruppe. Ey, erzähl mal, da würden sich ja viele Agenturen die Finger nachlecken. Ich habe das Gefühl, dass ihr zu dritt natürlich eine unschlagbare Kombination seid und jeder in seiner Rolle, glaube ich, einen coolen Job macht. Aber natürlich ihr auch wahrscheinlich 100 Prozent über Inbound, über eure Werbekampagnen und Funnels gewachsen seid, oder nicht? Ja, also wir sagen immer so 70 bis 80 Prozent Inbound über unsere Kampagnen und der Rest weitere Empfehlungen. Krass. Weil da muss man ja wirklich sagen, dass, glaube ich, auch wenig Agenturen da jemals hinkommen, Werbeanzeigen zu schalten, ne? Ja, aber es sind halt alles Online-Marketing-Agenturen, das ist eigentlich nicht so verrückt. Da ist vielleicht der Fehler im System bei den meisten, ey, das musst du dir ja wirklich sagen, ne? Aber dann gilt ja immer die Ausrede, ja, so für die eigene Agentur ist das ja immer was anderes als für Kunden, ne? Ha, ha, ha. Ja, aber da wieder Thema Standards, woran man glaubt. Ich dachte auch bis letztes Jahr, dass wir ja garantiert 400 Euro pro Lead zahlen. Ja. Aber, ähm, war halt nicht so. Hey, das ist wirklich spannend, auch diese Erkenntnis mit der Kugel sozusagen, finde ich so spannend, weil ich hab das Gefühl, das hab ich aus diesem Buch von ihm auch so mitgenommen, dass man irgendwie so Absurditäten wieder, muss auch an Sebastian Sablinski so ein bisschen denken, sein Bizeps ist irgendwie so voll der Running Gag geworden, ne? Und ich hab das Gefühl, dass die Leute dann sagen, ey, das ist doch dieser E-Commerce-Typ mit diesem großen Bizeps, ne? Ich hab das Gefühl, sowas verselbstständigt sich dann irgendwie so, ne? Und ich glaube, man kann da auch sein Glück so ein bisschen erzeugen und, glaub ich, den richtigen Winkel finden, ne? Ja. Äh, irgendwelche Tipps für andere Agenturen sozusagen, was ich noch spannend finde, vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen, ihr habt ja euer Angebot auch recht schlank gehalten, ne, glaub ich, über die Jahre, dass ihr immer dieses eine Kernangebot hattet und gesagt habt, hey, wir optimieren auf aktive Kunden wahrscheinlich die Anzahl der aktiven Kunden und versuchen, den Topf immer größer zu machen, oder nicht? Ja, also was ich jeder Agentur empfehlen kann, versucht nicht, tausend kleine Produkte zu verkaufen, sondern fokussiert euch wirklich auf, auch da wieder, auf eine Transformation. Weil wir denken, die Reise unseres Kunden in drei ganz konkreten Stufen und diese drei Stufen sind unsere Produkte. Punkt. Ja. Und wir schrecken sogar davor zurück, kurzfristig dem Kunden innerhalb des Prozesses nochmal irgendwie für 3.000 Euro das zu verkaufen, sondern sagen eher, hey, investier das in Werbebudget und danach gehen wir zusammen Phase 2 an. Ja. Weil das einfach der längerfristige Ansatz ist, über Jahre gesehen, als wenn du auf so vielen Ebenen versuchst, Kleinscheiße zu verkaufen, die dann am Ende dich nicht nach vorne pusht im Durchschnitt, verstehst du? Ja. Ah, das ist ein guter Gedankengang. Auch da das große Paket sozusagen im Blick zu haben oder die drei Transformationsstufen im Blick zu haben und da die Leute sauber durchzuführen. Korrekt, ja. Letzter kleiner Abschnitt, Finn, dann entlasse ich dich für heute. So, Meta-Ads, da hast du ja wahrscheinlich auch so ein paar Phasen irgendwie durchgemacht, oder nicht? Auch gerade für Kunden, da habt ihr doch wahrscheinlich irgendwie nicht jetzt unendlich Budget. Ich weiß nicht, was ihr da pro Monat irgendwie den Kunden empfehlt, was ihr da braucht. Aber da habt ihr doch auch eine krasse Abhängigkeit, wie gut ihr performt, oder nicht? Oder ist da der Zeithorizont dann von diesen drei bis fünf Monaten so, dass ihr sagt, bis dahin groovt sich das ein? Da sind wir sehr, sehr abhängig von der Performance. Deswegen sind wir auch eine Performance-Marketing-Agentur. Also da sind wir komplett darauf angewiesen, dass wir da die richtigen Dinge tun. Der einzige große Tipp, den ich nur mitgeben kann in Bezug auf Meta-Ads, das, was du heute tust, vor allem, wenn du halt geringere Budgets verwaltest, unser Kunde gibt, also unser Agenturkunde gibt durchschnittlich pro Monat so 1.500 bis 2.000 Euro in Werbung aus. Und damit kommt man noch hin? Damit kommt man hin? Ja, es ist aber definitiv nicht der Sweet Spot. Ich sage auch immer, es ist das Mindestmögliche, wo es funktionieren kann. Aber jeder Euro mehr hilft halt mehr. Das ist ein guter Frame. Da kann ich nur sagen, was du heute tust, wird nicht morgen und auch nicht übermorgen dafür sorgen, dass es super alles gut funktioniert, sondern du musst halt jeden Tag die richtigen Dinge tun in dem Vertrauen, dass es sich in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen auszahlt. Und ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen in Bezug auf Meta-Ads oder generell irgendwelche Ads, weil die meisten halt nach der Instant-Gratification suchen. Heute noch kein Telefonat, direkt ausschalten das Ding. Und so sagen, ey, ich will mindestens pro Tag zwei Telefonate haben. Jetzt hatte ich drei Tage hintereinander, wo ich keine zwei Telefonate hatte. Ausschalten. Stell die Ads ab, genau. Aber am Ende des Monats hätten sie 60 Telefonate gesammelt. Es wäre halt nur nicht gleich verteilt, weißt du. Und das ist der riesen, riesen Fehler. Weil auch diese Kampagne, klar, ich habe ja eben gesagt, Stichwort ärgern, warum habe ich sie letztes Jahr noch nicht online geschaltet. Ich war halt vom State her letztes Jahr scheinbar noch nicht so weit, dass ich die Entscheidung treffe, das so zu produzieren, was ich weiß nicht das.